Gedanken am Pool, die jedes Mädchen kennt. Wieso starrt der Typ mich da hinten so sehr an? Der ist doch mindestens 50, oder? Oh Gott, jetzt sieht er auch noch sein T-Shirt aus. 58. Einfach nicht hingucken. Warum sitzt mein Pony immer so scheiße? Ich hätte mir niemals einen Pony schneiden sollen. Der Winzer stört einfach alles. Wie setze ich mich jetzt hin, damit man meine Speckrollen am besten nicht sieht? Strecken? Oh Gott, der 55-Jährige guckt doch wieder. Lieber verstecken. Wer ist denn hier noch so am Pool? Uh, der ist süß. Und der hat eine Freundin. Na toll. Ich bin ja auch eigentlich nur für mich hier. Girls Trap. All the single ladies, wie Queen Beyoncé schon gesagt hat. Ich habe das Gefühl, jeder starrt mich an. Vielleicht hole ich mir noch ein Glas Sprudelwasser. Und dann muss ich den ganzen Weg von der Liege zur Bar laufen. Das könnte man schon Sport nennen, oder?